Schönen guten Tag, ich bin der Guido aus der Akustikgitarrenabteilung, möchte euch heute die Fender Malibu CE etwas näher bringen. Eine kleine feine Bühnenakustikgitarre von Fender für jeden, der im Proberaum oder eben auf der Bühne Akustikgitarren spielen möchte, aber mit großen, unhandlichen, sperrigen Geräten nicht zurechtkommt. Die größte Besonderheit an der Fender Malibu ist mit Sicherheit ihr Hals. Durch einen E-Gitarrenhals, Ahorn, Palisander und ein Profil wie an der Stratocaster, kann man sagen, ist die mit Sicherheit bestspielbare Akustikgitarre für den E-Gitarristen. Jeder, der in seiner Band ein, zwei, drei Nummern Akustikgitarre spielen will, kommt vom Handling her mit dem kleinen Korpus und mit der Bespielbarkeit dieses hervorragenden Halses bestimmt perfekt zurecht. Natürlich kann man von einer akustischen Gitarre mit einem so kleinen Korpus nicht das Volumen erwarten, was man von einer Martin- oder Gibson-Gitarre kennt, braucht man auch nicht. Große Gitarren sind unbequem auf der Bühne, kleine Gitarren schön zu handeln und diese Gitarre hat ein hervorragendes Tonabnehmer-System eingebaut, womit man sie sowohl zu Hause als auch im Proberaum oder in jeder Bühnensituation immer gut abgenommen bekommt und da das Volumen gehört, was man vielleicht akustisch vermissen könnte. Wer über die Anschaffung solcher einer kleinen elektroakustischen Gitarre nachdenkt, sollte sich vielleicht auch einmal bei uns auf der Homepage das Akustik-Gitarren-Verstärker-Programm angucken. Wenn Fragen zur Kompatibilität zwischen Gitarren und Verstärkern bestehen, einfach bei uns im Telesales anrufen oder per E-Mail nachfragen. Jeder der Kollegen kann euch mit Sicherheit weiterhelfen. Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020